Launikos Chocondylis war ein byzantinischer Geschichtsschreiber. Er stammte aus einer vornehmen Familie aus Athen, wo er um 1423 geboren wurde. Sein Vater spielte zunächst eine wichtige Rolle in der Stadtverwaltung, wurde aber 1435 mit der Familie auf die Peloponis verbannt. Dort wurde er durch Georgios Gemistos Pläton unterrichtet. Als junger Mann trat Launikos in den Dienst des byzantinischen Kaisers Konstantinsksi. In Konstantinopel. Die Eroberung von Konstantinopel im Jahr 1453 erlebte er allerdings nicht selbst. Wo er sich danach aufhielt, ist unklar, vielleicht ist er nach Italien ausgewandert. In seinem griechischsprachigen Geschichtswerk, das oft mit dem lateinischen Titel Historarium Demonstrationes zitiert wird, beschreibt Launikos im Stil des Thucydides die Zeit von 1298 bis 1463 in zehn Büchern. Im Mittelpunkt der Universalgeschichte steht der Niedergang von Byzanz und der Aufstieg der Osmanen. von nachtehnischen Dr owen. cou Ghostека der Mit romanzantinopel ausgewandert